Neu eingetroffene Leben steht hinter mir, ein wunderschöner C63 S Coupé als 4 Liter V8 mit 510 PS aus dem Jahr 2021. 43.000 gelaufen, deutsche Erstauslieferung, selbstverständlich ist das Fahrzeug unfallfrei, Nachlackjunges frei, top ausgestattet. Komm, gucken wir uns das Fahrzeug einmal gemeinsam an. Wir haben Multi-Bean-LED-Scheinwerfer, was sehr, sehr schön aussieht, sind diese Carbon Exterieur-Paket, Abstandstempomat, 63 Grad Kamera, 19 Zoll Leichtmetallfelgen, AMG Night-Paket, Burmeister Soundsystem, Carbon Interieur-Paket haben wir auch. Sitzheizung, 360 Grad Kamera, digitales Cockpit, Head-Up Display, AMG Sport Lenkradtasten, Panoramaglaster und der hat einen richtig coolen Sound. Wir werden den Wagen auch einmal einen Soundcheck machen. Obwohl der einen OPF hat, hört er sich echt knackig an. Ihr könnt es ja gerne einmal in den Kommentaren reinschreiben, ob euch das gefällt. Also wirklich brillant vom Sound her. Wenn ihr einmal hier reinguckt bitte, wir haben das große Navigationssystem, auch im Interieurbereich Carbon. Ich möchte noch einmal zum Heck kommen. Auch im Heckbereich haben wir sehr viel Carbon. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video erkennt, hier im Heckgefurser ist auch Carbon vorhanden. Wir werden wieder angeboten für 76.900 Euro. Die 0% Finanzierung wird natürlich weiterhin angeboten bis zum 1. April. Eventuell hast du auch ein Fahrzeug, den du gerne als Inzahlungnahme abgeben möchtest und den kaufst du zum Bestpreis auf. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder du kommst am besten vorbei.